ha ha moin leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge rocker league schön dass wir am start seid weil sie die letzte folge nicht gesehen habt dann solltet ihr das unbedingt nachholen denn wir sind wieder zurück wir sind zurück hallo ich muss hier mal zum boost wir sind zurück in champion 1 alle haben sie auch played champion moves champion moves wäre auch zu schön gewesen ja wir sind gerade letzte folge zurückgekehrt nach ich glaube vier oder fünf folgen diamant action sind wir jetzt endlich wieder zurück in champion 1 und natürlich ist unser ziel für diese und vielleicht auch für die nächsten folgen hier zu bleiben ok ok der pass war natürlich nicht schlecht von meinem kollegen ok wird sehr viel über mich drüber gespielt sehe ich schon ich gehe wieder zum tor keine lust mehr hängt irgendwann der wand ok den zweiten kontakt hätte ich irgendwie nicht gesehen aber gut hast es dafür meinen mitspieler macht er dir noch mal mein jahr wäre für mich glaube ich ein bisschen besser geeignet gewesen aber ich habe halt gedacht er geht dran und ja wollte er ja auch da noch mal die chance wir gucken ja es war nämlich klar dass er sowas macht und hätte ich mich da vielleicht noch von outplayen lassen ich sag's euch da habe ich eventuell den mate gerade outplayt aber da ist er selber schuld das hätte er sehen können natürlich mein boost auch mein boost ich habe den einfach beide boosts geklaut diese aktion von mir aber kann man so machen kann man so machen finde ich ist besser als die leute zu zerstören am laufenden band einfach mal ein bisschen zur seite ausgeleitet und dann noch mal kurz eine parade hingelegt okay da hätte ich vielleicht am ball gehen sollen ist ein guter punkt bin noch ein bisschen zu schüchtern gerade ein bisschen zu defensiv keine ahnung ich den ball nicht berührt habe aber das sieht nach dem tor für die gegner aus keine ahnung wie das passiert ist also ich meine ich habe gefühlt den ball hier berührt aber rock league war der meinung ich habe nicht berührt okay zwei minuten sind schon um liegen 1 0 hinten schön ja die voraussetzungen könnten besser stehen sage ich ehrlich ich muss nicht bekommen die gegner loben sogar mein mate für die parade kann ich verstehen gerade gut oder einmal an die wand und jetzt hier rüber so und wir fliegen noch ein bisschen naja da kann ich nicht hin also wieder für dich verlängern noch mal ein bisschen moment jawohl den wollte er noch klauen aber ich verstehe auch warum eventuell wäre der ball fast nicht reingegangen aber komm gucken mal wie wir das hier gespielt haben war doch lässig okay wir haben schon mal ein tor gemacht das ist doch schon mal was gutes unentschieden wieder weiter geht's wir gehen kurz zum hinteren boost ja hätte die ecke nicht berührt wäre glaube ich geil gewesen ja ich weiß nicht ich musste irgendwas machen weil die gegner werden easy zur parade gekommen ah nein oh 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 da ist gerangel habe man angetäuscht habe kein boost oder gehe ich mal hin ja einmal hier gegen naja kommt aber trotzdem noch vielleicht muss da mal eingesammelt oder ist ja mate macht den gucken weiter schade war war gut geplant eigentlich hat er eine gute idee gab diese rucklack gerade überhaupt nicht erneuung oder so alter was passiert gerade warum hat der server lex habe ich lex weiß es nicht man weiß es nicht angriff gestartet und er ist gut schade schade hätte ich den bisschen besser geblockt naja auf jeden fall noch das tor drin gewesen abgeblockt jeder kommt rein mit sicher den ball für uns bitte das cool okay keine ahnung wie diese die diese richtungsänderung gerade zustande kam aber ob soll's ich gehe mal wieder ins tor macht das schon dann kann ich mit auch mal den mittleren boost snacken okay okay komm jetzt okay war jetzt nicht der beste pass zugegeben jetzt ist dir die verlängerung okay ja bitte ich dachte kurz schon kämpfen wir mit der verlängerung ich fahr mal nicht so schnell nach vorne nicht dass wir direkt ein tor kriegen das war also es fühlt sich irgendwie unverdient an aber wie dr gregory schon schreibt das ist rocket league ein fehler kann alles entscheiden und zum glück war es diesmal nicht mein fehler hey was sagt man dazu hier unser erstes spiel in champion 1 wir haben es gewonnen ching ching dr gregory diamant spieler immer diese diamant spiel 411 punkte habe ich hatte schon mal jemand erzählt dass 411 meine lieblingszahl ist eine komische lieblingszahl ich weiß aber ist ungelogen meine lieblingszahl gehen wir ins nächste match würde ich sagen okay okay nachdem der auftakt schon mal ganz gut lief hoffe ich dass man weiterhin auf der siegesstreak welle reiten ach keine ahnung ich hoffe wir gewinnen weil auch weiterhin okay was passiert hier habe ich genau berechnet alles gut ja braun wir machen mal ein bisschen tempo raus hier einmal gegen die wand ups sorry war nicht mal also war war nicht so gedacht war vielleicht ein bisschen chaotisch gebe ich zu aber sowas nicht gewollt jetzt nach vorne gehen wir noch mal das ist hier in der mitte vielleicht brauche ich wenn jetzt jemand vorne gewesen wäre natürlich noch besser gewesen aber mein mitspieler wollte auch gerne ein bisschen hinten bleiben scheinbar da ist auch kurzerhand mal explodiert der kollege wir führen den angriff aber weiter fort ok auch nicht so gefährlich du und was soll das ja ja auch mail schießt doch nach vorne das tor war frei das war die perfekte konterschance ist doch nach vorne ok wir gucken zu jawohl was ist da schönes ding und muss noch mal an er hat aber zucht drauf der schuss gerne was der gegner da gemacht hat aber wir haben ihn umspielt war knapp aber tor für uns ach es fühlt sich so gut an ach schön es fühlt sich gut an dem welt machst du den gleich noch mal ich gehe erst mal boost sammeln ich habe immer noch dezent leichte legs würde ich sagen hat man auch eben an dem verbindungs symbol gesehen ich schätze mehr da muss ich hoch dann habe ich irgendwie nicht so gut bekommen aber der mage startet schon den konter es war knapper als man denken könnte also dafür dass er unendlich viel zeit hatte was irgendwie knapper als erwartet oder erhofft aber coole sache doch für uns ja die gegner werden offensiver weil sie hinten liegen das gibt es natürlich auch chancen für mehr kontermöglichkeiten aber irgendwas stimmt mit meinem internet nicht ich hoffe nicht dass team irgendein update oder so durchführt kann natürlich ein guter grund sein aber momentan von mir mit dem problem noch ganz gut zurecht ich gehe direkt zum vor okay ich habe eine parade gemacht ohne den ball überhaupt zu berühren also jetzt gerade ist echt will die lexen gerade echt und unschön hart aber ich meine ich habe die parade bekommen was soll ich sagen ein bei mir wäre auch das bild was hier passiert leute sehr wild was hier passiert vielleicht sollte ich nach dieser runde mal ein kleines häuschen machen oder so oder mal computer neu starten und so da gehe ich nicht ran mit zu reski mit den ganzen legs das war jetzt vielleicht nicht der beste schuss aber gut wir holen einfach ein bisschen zeit raus ich meine wir haben zwei tore vorsprung an der an der an der front ist schon mal alles tut die froh die ja ja wir gehen mal lieber wieder ich warte noch ein bisschen boost auf mich doch keine legs jetzt bitte der pass war geil und linke ecke weg weg mit dir okay habe ich eventuell ein bisschen verfehlt den ball der wollte mich noch zerstören hat er das gesehen er wollte mich noch zerstören kurz bevor ich an den ball gekommen wäre genauso wie sie das mit dem mate hier machen ja die gegner behindern sich vielleicht auch ein bisschen gegenseitig sag ich ehrlich ich gebe mir mal ein bisschen boost hier oder ball kommt wieder direkt zu mir ist gut ich schreibe mal wie geplant in den chat da habe ich einfach als es war wirklich gewollt aus wie er mich da weg geschubst hat es hat wirklich gewollt aus aber ich habe das tor so bekommen er war so glütig und hat mir dann das tor geschenkt quasi als ausgleich ja geil leute also es läuft wirklich gut gerade in champion angekommen und ich meine das spiel läuft sogar noch besser als das letzte also der geht nicht rein läuft wirklich gut aber auch die gegner nicht ganz so gefährlich wie man denken oder meinen sollte oder vielleicht haben sie auch einfach nur gerade einen schlechten tag und das schlechte session oder einfach einen schlechten mitspieler wenn man kennt das problem aber irgendwie die fliegen ja auch kreuz und quer also ich auch die spielen einfach nicht so gut ich sollte mich zurückhalten mit solchen aussagen warum habe ich denn hier den ball eigentlich nicht bekommen was so ja 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 verstehe verstehe aber 30 sekunden für zwei tore wird trotzdem hart für die gegner ich habe schon wieder eine große presse meistens zahlt mir rocket league das heim indem ich das spiel doch noch verliere gucken wir mal dass wir das vielleicht bestenfalls vermeiden guck mal hier passt da habe ich mein mait vielleicht wieder ein bisschen outplayed aber alles gut okay da konnte ich einfach nur zuschauen aber dafür habe ich auf solche aktion gewartet geil wie er den verlängert hat okay also jetzt lehne ich mich mal aus dem fenster und sage wir haben gewonnen oh oh wir haben noch nicht gewonnen doch haben wir alles cool ja entspannt entspannt eigentlich ähm hm machen wir noch eins machen wir noch eins oder machen wir keins ich muss halt überlegen je kürzer die folgen sind desto besser eignen sie sich halt für die vorproduktion äh äh ne leute wir machen hier einen cut damit ich potenziell einfach mehr vorproduzieren kann weil gerade bei rocket league ich weiß nicht warum aber diese folgen brauchen extrem lange äh zum uploaden wahrscheinlich weil immer so viel passiert in den folgen weil so viel bewegung ist und so keine ahnung fragt mich nicht und äh wir belassen es mal dabei ja ich meine ich habe jetzt zwei spiele gewonnen das ist auch ganz gut für die statistik so ähm ich würde mal sagen wir belassen es dabei also leute schönen dank fürs einschalten schaltet auch gerne bei der nächsten folge wieder ein wir klettern langsam die rangliste weiter nach oben wir sind schon in champion 2 äh champion 1 liga 2 angekommen und vielleicht geht es weiter also wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin lasst es krachen und ciao ciao